Genau, auf neue Fahrtabhängigkeiten. So, Shelf Control. Starkes Buch, lohnt sich total, ist im Sammelband mit mehreren Autoren und da geht es quasi darum, was passiert denn, wenn wir jetzt bei drei Grad rauskommen. Das ist wichtig, weil wenn Leute tatsächlich ernster vier Grad vorschlagen, das ist ja nicht nur der Klimaminister in Frankreich gewesen, sondern auch der ehrlichtere Füst von dem einen hier konservativen Wirtschaftsinstitut, das wird dann wirklich ernsthaft diskutiert, ohne überhaupt sich vorher damit beschäftigt zu haben, was das eigentlich heißt und wie wenig dann von der Zivilisation noch übrig bleibt. Drei Grad mehr ist quasi so, also der Pfad, auf dem wir sind, der läuft ja sogar noch auf dem Meer hinaus und so, aber drei Grad mehr ist schon gruselig genug und dieses Buch zeigt dann eben so, was das für Auswirkungen haben wird und in Teilen eben haben kann, weil es eben auch Sachen exploriert, wo das noch nicht ganz so eineindeutig ist. Das ist ein spannendes und gruseliges Buch, also wer jetzt wirklich sagen will, wie ernst wird das denn, schau da rein, dann kannst du nochmal irgendwie guten Nachtschlaf haben.